so da sind wir wieder die aufteilung den lautsprecher ist aber auch komisch wie sieht es aus mit dem geld da drüben wir haben 55.000 wir haben 55.000 wir haben 55.000 dollar ja dann bleibt mir nur noch eins übrig hey zusammen folge 186 in minecraft mag man lieber grüß dich und danke an der für deinen support bei youtube noch mal vielen vielen lieben dank mein lieber grafikkarte für den bergbau ja schon lustiger ne ja alles die hat aber nicht viel oder ja das ist alles vom lkw gefallen da kannst du grafikkarten kaufen und bitcoins farm warum das verboten ist ja nicht verboten ne warum darf man das hier nicht also die polizei darf das nicht sehen ah ich kann den mittelfinger zeigen ne moment oh nein ernsthaft die mussten doch dadurch irgendwie einbauen ne mining code da muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen muss man die da nicht reinpacken ne das ist die zentrale aber kann man die da nicht drauf legen kann ich die einfach hier auf dem boden stellen die grafikkarte muss ich doch irgendwo hin machen zum einsetzen der grafikkarte f drücken ah jetzt drücke eben die gfz neben drücken sie um auf die zuzugreifen die kommen anscheinend daneben ne oh jetzt weiß ich das nur nicht mit dem code äh puh erstmal gucken hier am pc ob ich das hinkriege da raucht der faddy nochmal ein hier die funsten das jetzt hier crypto der gewalt muss auf die dings gehen das ist meins was ich dir verkaufen kann äh meiner dass ich meine leistung neu erhalten der code für das meine verwende werden kann 9 793 lc n 793 lc n 793 lc n 793 lc n das ist ein 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 Okay, hier drin sind es 34 Grad. Warum ist es so warm hier drin? Der fehlt auf Auto. Ich wurde mit einer Geldstrafe belegt. Alter. Schöne 34 Grad. War schon Bitcoins? Noch nicht. Ich glaube, am nächsten Tag gibt es auch ein neues Rig. Wir kaufen noch mal den Rest durch den Schrott da drüben. Achso, ist die noch gerne. Ich hoffe, die hat bald wieder was. Und sonst mache ich den Laden dicht, sage ich dir. Alter, hört auf wie Echsen schieben. 75 Megahertz. Oh, nur 15.000 So, was ist hier los? Ja, fleißig, fleißig So, was ist hier los? Aha Ach, guck Da kommt Phantom Das will er Hallo Freund, ich habe gehört, dass der Strom ständig abgeschaltet wird Diesen Bast-Daten wird absichtlich der Strom verschlossen Um Bestechungsgelder anzunehmen Wenn du mir 200 Dollar gibst Ich werde diese Punks für dich bestechen Und sie werden deine Strom nicht wieder abstellen Jetzt gehe ich mal die Punks Sehr gut für Smiling, ja So, bin auch mal wieder weg Musst noch was tun Man hört sich später Passi, mach's gut So, nimm ich dich mal mit Hund So, nimm ich dich mal mit Hund muss raus Mach das, nimm ich mal mit Ich muss auch noch eine Runde Gassi Krypto, Krypto, Krypto Haben wir doch nichts Ich weiß ja nicht Vielleicht auch das eine nach Oh, wir haben 72.000 Schmale 72.000 Ich würde einfach mal pennen gehen, oder? Nicht fette Hummel nehme ich nicht an der Leine Hey, ich brauch's ja auch nicht Ich fliege Ich bin handzahm Ich bleibe immer beim Mann Immer am Mann Vor allem jetzt heißt es doch Bienenmaier Und nicht Hummelmaier Oh, was essen Achso, Passi, bist du noch da? Hörst du mich noch, Passi? Vielleicht schreibe ich nicht gleich Könnte ich mir eigentlich nochmal schnell eine Tafel Schokolade gleich holen Gerade richtig Roost drauf Oh Sie ist schwanger Noch eins Lass uns ein paar Kinder machen Ich Thomas mir eine Tafel Schokolade Doch Hat auch Flügel Aber die Flügel konnte ich nicht dran machen Die werden immer abgefallen Wegen hinsetzen Du willst bestäuben Wenn man was mit Bienen sagt Ich bin eine Biene Ich bestäube dich Gar nicht wahr Mh 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 So lieben wir das So lieben wir das Jo Komme Aber ich muss ja vorher erst mal stechen Ich muss ja erst bestäuben Äh, ich muss ja erst stechen Bevor ich bestäube Das ist weg Merke es gerade selbst Ich habe es gerade selbst gemerkt Ich habe es gerade erst mal stechen Ich habe es gerade erst mal geguckt wir haben noch nichts weiß ich ob ich etwas falsch mache doch so der nächste ich glaube da gehen sechs rein pro tisch so aus ja sieht so aus dass wieder sechs rein innen ist es etwas kalt sagen sie hier hinten sind es 19 grad hier vorne 25 19 wir machen die mal auf auto und gucken dann er geht direkt auf 25 sofort sofort aufgewert alles gehießt wieder 19 19 also müsste da auch noch irgendwo einer hin der roboter kommt auch gar nicht mehr hinterher hat sich festgefahren ernsthaft dass wir den saugroboter aber auch nicht nehmen keine das ist so dreckig wieso ist das so dreckig ja genau weil er einfach keinen bock mehr hatte und sich einfach erst mal zwischengefahren zwischengesetzt hat da der sausack da guck dir das an ey guck dir das an sieht ja aus wie auf dem schreibtisch das ist ja aus wie auf dem schreibtisch einfach wieder zocker man kennt okay ich weiß nicht geht hoch bitcoin habe ich da jetzt aus Versehen drauf gedrückt und es war weg stand da was ja also der preis geht hoch ach hier ach hier betrag im besitz da ok jetzt ich habe nach rechts geguckt okay ja 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 21.000 in der Kasse ist doch krank, oder? die scheiß Sieger will ich nicht oder? warte mal ich kann eh keine kommen das sorgt dafür, dass man das Spiel in vier Stunden durch hat, ja zumindest so, dass du dann auch keine Lust mehr hast, das zu spielen, ne Eggi, grüß dich du hast ja keinen Bock mehr das zu spielen, weil es einfach zu einfach dann ist presents ich ich du Zahle 81.000 auf Tasche. Zahle 81.000 auf Tasche. 26.000 aufgenommen, 100.000 Euro. Wahnsinn!